Egal, muss ich das cutten. Oh, jetzt sieht man den Hack. Muss ich auch noch cutten. So. Wir alle wissen, ich cut's nicht. Ich hab keine Ahnung. Okay, wir müssen jetzt alle das Intro nachspielen, ne? Ja. Ich würd's ja im Soundboard anmachen, aber ich hab den nicht. Also wir müssen singen, okay? 3, 2, 1... EPIC LANE DAY! Ich bin der Liebe, EPIC LANE DAY! Ich bin der Liebe, EPIC LANE DAY! 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 Bin ich auch EPIC LANE DAY? EPIC LANE DAY! 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 Oh, es geht schon los. Ja, und ihr so? Ich starte, okay? Nee, erlaube ich? Hallo, ich hab das nicht erlaubt. Das ist aufgeladen. Was spüren wir denn? Ein Bar, wieso habt ihr Brickfosser angemacht? Ich dachte wir spielen... Ein Bar, Brickfoss! Wir spielen CSGO! Ja, komm, lass CSGO! Nein, Mann! Oh, guck mal, die Waffe ist super! Wundert euch nicht, das ist ein Bug. Eigentlich sieht's aus, als hätte ich die Hornet in der Hand. Aber das ist nicht die Hornet. Jaaa... Der Onodark hat auch nicht die Hornet in der Hand. Ja, komm, und warum müssen alle immer mit das Scheiß Spider spielen? Ich spiel nicht mit der Hornet, nein. Schlimmste Waffe ever. Boah, ich hab wieder Ruckler. Ich muss mal mein Aufnahmeprogramm ändern, sonst hab ich hier die Fense Ruckler. Jaaa! Genau solche. Ohne Dank, wer es dir verlässt. Ja, Leute, stellt euch mal vor. Was ist denn heute, dieses Jahr, der beste Moment in eurem Leben gewesen? Ich kann ja nicht... Jaaa... Jetzt gerade. Jetzt gerade. Ich war mit einer Lehrerin fotografiert. Hey, seit wann bist du denn hier, Looper? Ich war die ganze Zeit hier. Achso, ich dachte, du warst Pascal. Nein. Ja, wegen eurem Hawkins-Logo, ich wusste nicht. Oh... Alles Bobs. Ich kann niemanden töten, ich hab auch zu viel... zu... die Fense Ruckler. Das geht gar nicht. Wer ist denn auf welchem Account? Also ich bin Daniel. Wie bitte? Ja, das ist Daniel. Haaa! Ich hab ihm ein... ein HP abgezogen. Ich hab noch diverse Programme offen, ich kann ihm grad nix machen. Guck dir das an. Ich auch. Immer diese scheiß Lügen-Lane. Zack, re-zack, re-zack. Wie findest du eigentlich den... das Tool von Karn aus der Lane-Lane? Ach, mega spaßig, nutze das auch? Nee, ich grad nicht, nee, nicht so oft. Ich spiel eh meistens mit... Junge, fick dich mit der Nate. Ich hab weniger Rüstung als mein letztes Mal, ich weiß nicht mal wieso. Wie viel hast du überhaupt? 200 oder? 150 Grad. Das war unverschämt. Zu wenig geht noch mehr an. Viel zu wenig. Ich krieg keinen einzigen Kill, Alter. Ich auch nicht. Ich muss das Programm wechseln. Aha. Vor allem, da ich Brickfast so selten spiele, wenn eben komplett... Ist das mein Internet? Bei mir lag das voll. Aua, meine Ohren. Junge, das Mikro frisst ihn so auf, Alter. Junge, was ist los? Manchmal hab ich solche Lags. Habt ihr mich grad irgendwie komisch gehört? Ja. Nein. Ja, so hab ich euch die ganze Zeit gehört, Alter. Das war mega scary. Ah. Ja, okay. Okay, Lander, jetzt bist du bereit? Ähm, ich vergesse mal, wenn welche Reihenfolge man anders drücken muss. Item Changer, Reload, Load Preset. Äh, spiel doch einfach ohne normal. Nee, Mann. Ich hab keinen Bock auf meine scheiß Kinderwaffen. Hä, du spiel doch wieder Snake. Selten. Ja, bei Dings kann ich Snake selten nutzen. Wieso? Wollt ihr da Sniper spielen? Ja, ja, komm. Ich bin Sniper. Ja, bin ich dabei. Aber bitte nur Rushle und ich Snipele, okay? Diese kleinen Kinder werden das nie lernen. So, Aufnahme ist an, Kinder. Hä, wieso? Ja. Wir spielen eine Runde normal, eine Runde snipen wir, okay? Was ihr machen wollt. Alles zu zwei auch. Es ist eure Entscheidung, meine Damen und Herren. Ist einer von euch ranzt, Hanne? Nee. Nein. Der wollte auch mal mitmachen. Ja, wir holen ihn auch noch einen. Ja. Kommen wir erstmal überhaupt rein hier. Schreibt der an. Ja, welcher Raum? Raum 2. Ja, welcher Raum? Ja, das sind zu viele Räume. Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Aha. Aha. Oh. Ja, ja, ja. Mach mal ne andere Map. Ja, willst du ne kleinere oder größere? Ähm, ich steh immer so auf die großen Dinger. Okay. Oh Gott, mein Laptop einfach so hoch. Mach keine zu große Map. Mach einfach Törkler rein und dann Zombie und dann geht's los. Ja. Ja. Jetzt haben wir sie nicht vorbei. Boah. Hier. Liegt das an mir, dass das so leise ist? Ja, der wilden Besten. Die Map ist scheiße. Egal, los geht's. Die ist halt legit wirklich so scheiße, Alter. Ja klar. Tue ich... Oh, den Basti, Alex. Schlauen ihn. Ja, das ist ne Special-Folge, weil die ja auch nen Cut hatte. Ja. Keine One-Tag-Scheiße. Ich hoffe, jetzt hab ich keine Lecks und so. Nee, nee. Lief euch. Hoffentlich hast du Lecks. Ja, hoffentlich leck ich dich irgendwann mal. Hm, nein. Jetzt hab ich noch mehr Lecks als vorher. Ja. Haha. Ich lass das einfach so auf YouTube. Ey. Auf dieser Map hab ich nur einmal gespielt und das war Nahkampf. Echt? Ja. Mann! Ich hab... Ich hab so keine FPS auf der Map, Alter. Die Map kam ziemlich zintar raus, wo ich begonnen hab zu spielen. Ich hab noch mein Manga-Studio-Programm offen. Ich hab noch Teamspeak offen. Ich hab noch meinen Browser mit meiner Serie offen. Wer braucht schon Teamspeak? AHHHHH! Ich kann nirgends machen. Mann. Es beginnt. Du... Aber so, wenn ich erfähr, ist einfach lohnt sich das sein. Alter. Dieser Rückstoß. Ernsthaft, hast du gar mit der Ohre mich so oft verfehlt? Ja, ja. Musst du sehen im Video. Im fucking Ernst? Du übertreibst man das Lane, ne? Weiß gar nicht, was mit den Kennern los ist, Alter. Das ist der Grund, warum ihr mich abonnieren solltet, Alter. Das ist der einzige Grund. Und trotzdem sagen sie die ganze Zeit. Was? Wieso konnte ich keine Videos mehr? Wolltest du nicht Brickfoss retten? Dann guck jetzt mal. Wer wollte Brickfoss retten? Schreib dem mal, guck jetzt. In 5 Lane, ne? Ja, die kam gestern. Alter. Sakrit, 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 sakrit. Wo wusstest du, dass ich dort hock? Hä? Ich nehme jetzt hier zu Raminama. Oh, come on. Alle immer am Cheaten, ey. So, Alter. Echt, ey. Bin ich eigentlich der Einstieg, die da viele Items verwendet hat? Ich muss mal kurz meine Manga speichern und die schließen, sonst hab ich weiter einen Rucklang. Leon, ich hab dir so lange Zeit gegeben, auf die Naht zu kommen, Alter. Photoshop war ein Joke. Speichern unter ELC. Nennen wir das einfach mal AIDS. So. Ja. Ich bin, glaub ich, gestorben. Ich hab, ich hab das gerade eben gespeichert. Was ist denn los mit Photoshop, Alter? So, die Cam läuft hier. TeamSpeak muss ich anlassen. Serie und Pornos machen wir mal aus. Ja. Ansonsten ist da nicht viel Auswahl. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ah! Kennt ihr das, wenn ihr raustappt, dann in Brickfast rein geht und erst mal Leertaste drücken, äh, ja. Enter drücken. So. Wirst schon sehen, Michi. Das war mit alles wieder zu dir zurück, ne? Wirst schon sehen. Ich weiß. Alter, ich kann so echt nicht mehr spielen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hab 10 FPS, sollte ich sagen. 10 FPS. Kleine Map. Ich kann das Spiel echt nicht aufnehmen ohne Legs. Oh. Du und dein scheiß Internet immer, ne? Ja, ich hab nen neuen... Neues Internet sogar, aber... Will nicht. Wenigstens... Nahkampf kann ich wenigstens spielen. Komm, wir machen... Wir machen es jetzt nur testweise, ja? Ich weiß, dass ihr alle mein Face liebt und dass ihr mich gerne küssen wollt, aber... Ey, wir sind aber alle Highsofts wie dir, weißt du, ne? Ja, aber ich hab jetzt mal die Webcam ausgemacht und guck mal, wie es letzt läuft. Ich teste das jetzt mal. Die Nase in mir spielen. Das ist doch schlechter. Mann, ich werd die ganze Zeit immer rausgetoppt, wenn ich da rausgehe, Alter. Nein. Normalerweise ist das so, wir machen erstmal ein paar Dehnübungen, bevor wir die Let's Plays immer starten und machen dann auch immer eine Testaufnahme. Deswegen ist das auch heute der Fall, dass ich immer, ähm, Daumen runter, aus meinem Bildschirm hier rausfliege, weil ich noch nicht geübt hab. Und weshalb mein Dad auch gerade eben in mein Zimmer kam, weil ich auszusehen vergessen hab. Hey, der Basti Alex ist auch in meinem Clan. So, wir machen es, ich hab jetzt kurz die Webcam erstmal ausgemacht. Mal sehen, ob ich jetzt wenig... weniger Ruggler habe. D baby! Bist du jetzt eine kleine Map, oder? Warte! Bist du eine kleine Map oder nur welche? Ja äh, ich möchte die kleinste Map, die es ein ganzen Spiel gibt, ja. Die ist ungefähr die kleinste. Bist du diese eine Map, wo man Easelt runterfällt. bitte nicht die nein ja ok los geht's paintballs frei wahrscheinlich eine map die wo nur die spawns drauf platz haben ja auf solchen war ich schon öfters aber ich bleib mal bei meiner lieblingshoffung hier keine eier nates alter auch nicht die map oder doch leon alter alter was ist denn los mit dem typen da erstmal neues bier holen die alten brickforce kids aus der aus der damaligen zeit sind schon alle groß und groß geworden ja was denn was denn mit fastern also ich habe jetzt weniger ruckler muss ich sagen auch wenn ich jetzt jetzt nur noch legend scheiß spiele ich habe jetzt weniger ruckler die leute haben jetzt spaß heutzutage abonnieren schreibt man glaube ich mit einem g wunderbar ganz erschrocken boah ich habe schon 1 zu 6 alter ich bin so brutal ich habe weniger licks jetzt muss ich sagen seitdem ich die webcam aus muss ich sagen gesundheit das passiert wenn das spiel darum geht wenn alle obdachlos reicht jetzt mit einer schatten eine zeichалось als negativ me eine Was? So, Alter! Ich sollte eigentlich auf den A gehen. Ich wollte eigentlich besser spielen. Ich hab grad, ich hab' noch zu viel Angst gebrochen. HAAH! HAAH! Haha! Juki, es ist doch safe, es ist Soundbott, Alter. Was? Was? Corona schon wieder. Irgendwann, es hört sich jedes Mal gleich ab. Hahahaha! HAAH! Ey, das kann so nicht sein. HAAH! Ich krieg das doch nicht! Irgendwann ist wie Carlos, Alter. 4-2, Alter! Was ist Carlos ohne Auto? Carlos, los! Ich weiß! Ich weiß! Was ist der Leider? Ich weiß! Wir machen den weitel Eindruck. Ja! Hier, was ist der Leider? Hier! HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU! Und Michi, hast du Spaß? Nein, bleib hier! Wenn du gehst, dann wirst du das noch bereuen, ja? Ja, schau, mach mal, schau mal, mach mal TAP! Was, Whatsapp? Mach mal TAP! So. Ja. Siehst du mich da irgendwo? Nein, bist du unsichtbar, oder was? Bist du... Ich bin, ich bin gar nicht in die Runde gejoint. Ach so. Hurensohn. Ne, das ist mir aufgefallen. Ich dachte jetzt, du wärst ein Geist und... Keine Ahnung. Ob das rausgetappt ist, ist mir schon aufgefallen. Baby. Nee, ihr habt mehr Bock auf Overwatch. Alter, die farben mich. Kannst du dich dann was bitten? So. Jut, ich wünsch auch einen schönen Abend. Ebenso. Ihr habt auch Bock auf Overwatch. Oder sowas. Ja, Kinder, habt ihr Overwatch? Nein. Dann spielt mal mit dem. Hat er Terraria? Und Lust auf Terraria? Wieso Terrar... Was ist denn mit Terraria, Alter? Wir haben es gerade erst durchgespielt. So, die Eskalation am Start, Alter? Eskalation. Jungelein. Ja, was? Was hast du gegen Terraria? Ja, ist dir das nicht ausgelutscht und gerade erst durchges... Wir haben es gerade erst durchgespielt. Das gerade erst. Habt ihr das nochmal gespielt, eigentlich? Ja, deshalb ja. Der will es jetzt nochmal spielen. Nein, haben wir nicht. Na ja, das ist doch schon relativ lang her dann, oder? Ja, eben. Also wir haben es halt noch fertig gespielt. Bis zum Moon Lord. Wo du halt nicht mehr da warst. Ach ja, du hast ja aufgegeben. Nee, ich glaube das lag einfach daran, dass du gekickt wurdest. Ja, das hat ja vielleicht irgendwas mit Noah zu tun, oder so. Nee, tut mir leid, Looper. Ich konnte nicht mehr Team-Speak kommen. Ich wurde ja permanent gebannt. Falls es dir nicht aufgefallen war. Ja, doch. Man hat sowas gehört, ne? Man hat gemunkelt. Ich hab noch nie in dem Spiel was gewonnen, äh, von Faustpunkten verdient. Wenn man die ganze Zeit die ganzen Waffen immer reparieren muss. Ja, mach mal No Rush, vielleicht bin ich da besser drin. Ich kann die Folge nicht so lassen. Egal, wir cutten das hier. Nächste Folge versuche ich mich mehr anzustrengen. Kinder, tschüss. Und welchem Scheiß-Button höre ich auch aufzunehmen? Auch F8. Nein! Es ist weder F7, noch F8, noch F9. Saftladen! Epic Land Day. Ah! 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 Verpack ich doch zu hoch! Verpack ich pakao! Doch! 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 Verpack ich pakao! Ja, schicke, bricke, bricke, bricke! Ah! Ah! Michi! Oh, ich krieg keine Klicks! Da ist er schon wieder! Ich kann schreien, ich bin allein zu Hause. Ah! 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 Ah!